Sie war noch keine 18 Jahre alt und lief so oft schon von zu Hause fort Die Mutter sah ihr so oft weinend nach bis an einem Regentag ihr die schlimme Nachricht kam die ihr die Tochter für immer nahm Die Sehnsucht, sie kehrt oft zurück sie wünscht ihrem Engel viel Glück sie betet und weint oft um sie Angelina Sie schaut sich die Bilder stets an wie sie mit der Tochter im Arm in der anderen Welt sehen wir uns du wirst sehen irgendwann Probleme zogen sie stets von zu Hause sie suchte sich die falschen Freunde aus und so geriet sie auf die schiefe Bahn Alkohol und Drogensucht bis sie einst irgendjemand fand verloren und tot am Straßenrand Die Sehnsucht, sie kehrt oft zurück sie wünscht ihrem Engel viel Glück sie betet und weint oft um sie Angelina sie schaut sich die Bilder stets an wie sie mit der Tochter im Arm in der anderen Welt sehen wir uns du wirst sehen irgendwann sie schaut sich die Bilder stets an wie sie mit der Tochter im Arm in der anderen Welt sehen wir uns du wirst sehen irgendwann in der anderen Welt sehen wir uns du wirst sehen irgendwann wie sie mit der Tochter im Arm in der anderen Welt sehen wir uns in der anderen Welt sehen wir uns wie sie mit der Tochter im Arm in der Tochter im Arm in der Tochter im Arm Vielen Dank.